Musik Ja, ich bin tot. Ja. Wohohohohohohohohohoh. Kack nur, Alter. Kack nur. Und tot. Wohohohohohohohohohohohoh. Das ist natürlich das, was ich sagen, darkest Gameplay von... Hä? ... wie jetzt Tivi... ... oder... ... das ist jetzt zwei Spites... ... das sind zu viele Sprites im Welt, deswegen fängt es dann so. Alter! Weiß ich auch mal nach... Oh! Was ist das denn? Das ruckelt immer! Es geht nur um den Sack! Ja, da geht nur. Haha! Was ist das?! Ein böser Magier! Der hat sich in ein kleines Baby verwandelt! Hä? Was ist denn nur, Alter?! Wie man da?! Loll! Ich sag's krank! Geh weg! Hahaha! Komm ich jetzt sterbe! Alles wollte ich machen! Hahaha! Spring! Oh, die roll! Das ist doch ein Dreck! Und tut das jetzt voll kacken! Ja, das ist der größte Anfang, Mann! Das ist ein Scheißbär! Ja! Und wie weit ich wieder gekommen bin? Ja! Ich sag's krank! Der letzte Spruch! So viel Arsch! Mann! Ich sag's krank! Warum denn?! Hüsse aus meinem Arsch! Und das ist so ein Dreck! Ey! Wirklich! Nein! Wacht bei uns drüber! Ich wollte es denn los spielen! Wuh-wuh-wuh-wuh! Ich hab Atem gesprungen, hat nur Atem gefunkt! Er tut mir nichts heftig! Waffe! Hat er nichts zu tun! Der fällt hier einfach runter! Der fällt hier einfach runter! Der springt da gar nicht ab! Wieso springt der nicht? Was hast du getan?! BAH! Wer hat's gemacht?! Wer hat's gemacht?! Ich hasse aus, Alter! BATZ 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 BATZ! Oh! Ey, lol! Was ist das denn für ein Angriffsgeist, Alter? Der kommt nicht geflogen! Was willst du machen?! Der bleibt ja nicht für übrig! Bleibt ja nicht für übrig! Oh, muss er da rein springt! Und sich einfach mal zur Häckseln lassen! AAH! NEIN! Ich hab's nicht gesehen! Ja, geil! Oh Gott! Nein! Nein! Doch! Jetzt bin ich wieder tot! Oh Mann, ey! Was machen wir denn, Alter? Stell jetzt an wie die ersten Menschen! Oh Gott! Ey! Alter, bist du krank drauf! Wie soll ich in die Treppen, wenn du durch den Scheiß Boden klitscht?! Alter! Komm bitte, bitte! Ey, aber was soll ich denn machen?! Mann! Ich will klettern! Und da kommt so ne Spermi mir ins Gesicht geflogen! Das ist diese Scheiße, diese! Ja, verrät doch im Wasser! Okay! Jetzt hab ich dann springt! Oh Gott! Siehst du, ey! Jetzt sind auch die Tropo-Spermi! Ey, jetzt ist die Kiste hoch geflogen, Mann! AAH! Ja, genau! Er sportt genau vor deinem Gesicht! Was ist denn das für ein Buss? Ey, was soll ich... Was soll ich machen, Alter?! Da kommt den Geister! Alter, wie roll... Oh, bist du nicht gefahren?! Ich hab halt gedrückt! Ich hab statt springen... Äh, statt... Dingsen springen gedrückt, statt schießen springen scheißen, aber... Was ist denn?! Was ist denn?! Oh, Mann! Ich hab doch getroffen! Oh, mein Gott! Oh, mein Gott! Oh, mein Gott! Was soll ich denn da machen, wenn das hier... Wirklich ein Sprite über mir spawnt? Was?! Schaden! Ich will nicht schaden! Kaputt, Junge! Kaputt! Gebatster! Leck mich! Leck mich! Leck mich! Wuhu! Wuhu! Oh, Scheiße! Ähm... Schwung doch durch! Schwung doch durch! Wende! Ach, hier! So! Ob ich einfach runterkommen kann? Das ist der Dicke jetzt! Kann! Dann musst du gleich springen! Was ist denn? Was mach ich denn?! Ja, lauft doch ein bisschen durch! Lauft doch durch den Bildschirm durch! Du weißt nicht! Jetzt kriegst du hier! Bäh! 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 Was war das jetzt?! Wohin war der doch viel weiter nach rechts, Alter! Mann, das gibt's doch gar nicht! Jetzt steht er auf einmal weiter links! Da kannst du mal meine Türchen machen! Oh, geil! Ja, du bist so viel! Wohin war der doch viel weiter nach rechts, Alter! Ja, was? Da kann doch mal die Wand klatschen! Ja, nicht so früh! Die ist lästig, weil die hier kommt bis nach hinten! Ja, ich bin tot! Ja, du musst ja gleich nicht! Ja, war ich! Ja, war ich! Nee, war's nicht! HÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ! Da ist die Scheiße! Mann, da ist der Scheißweiter! Wo ist jetzt? Inspekt, ich kenn doch einfach über! Jetzt tanz der noch ein bisschen mit dir! Der geht nicht so gut! Ey, hau der ab! Was will denn der eigentlich von mir? Was will denn der? Ahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh Ich leh noch mal was, Junge! Es könnte auch mein Tod bedeuten! Aus so ner Dummheit einfach nur, weil wir die Scheißviecher reinhüpfen, ey! Weit, warum hat nur im letzten Moment geworden ist, dann? Ach komm, Mann, das ist doch der größte Abfuck! Mann, das kann doch nicht wahr sein! Nein! Kennst du schon? Was ist das denn für ein Bimbo-Scheiß? Alter, der macht das Ding! Wackel, wackel, ey! Wackel, gackel! Wackel, wackel! Wackel, wackel! Wackel, wackel, wackel! Wackel, wackel, wackel! Oh, sorry! Da ist wieder ein Auslabel! Hier! Das ist doch der schwulste Scheiß-Ebber, alter! Die Pickfiecher, Mann! Ach, das ist doch mal, Alter! Mann! Ich dachte, jetzt kommt der Magier wieder! Was? Gott! Ja, Mann! Es ist so abnormal, Abfuck! Was zur Hölle! Ja, jetzt muss doch passieren, warum wir was daran tun müssen! Ja, und? Sag mir das doch jetzt, was das für's tut! Ja, das ist mir umerst jetzt eigentlich bei dieser Kamerung! Einfach anders! Ich wusste es schon, wo ich... Ich bin mir nicht sicher! Haha! Nee, oder? Ja, ja, ja! Was war das denn? Ich dachte, es ist doch schon eins gibt's hier! Es ist halt auf die... Nee! Äh, was wollte ich denn sagen? Push the button! Warum hat der denn jetzt nicht getroffen, Mann, alter! Hey! Ah! Hey, guck mal! Ich kann mal hier... Ah! Man sieht ihn nur einmal mehr auf ihn! Ja, und gut! Der Junge ist ja wahnsinnig, wie er hier rumhüpft! Und jetzt denkt doch... Der Hüffel ist... Das ist ja nicht so vieleser Hüpfelform! Das ist ja nicht so vieleser Hüpfelform! Ich bin angst, das recht nicht! Ja, was soll ich denn machen, Mann, alter! Das ist so unfair! Das ist so hässlich! Hässlich? Ich trinke immer! Ich hab ja nur reingelegt, dass ich nicht voll gut das will! Nein! Was bist du?! Hahaha! Ey, das ist aber so ein Zwang, da nicht trinken zu drücken! Weil du einfach runter und laufen bist! Hier, Mann, ich hab immer so ein Scheißpisch! Spregen! Wieso wächst mich nicht nur braun! Das ist... Ich weiß nicht! Welche Bilderbeutel? Ich hab bloß das Glösschen durch den Satz facken, glaube ich! Das hat mich Geld gekostet! Ihr bleibt gleich in der Schild, ey! Ja, klar! Hahaha! Fängst gleich an! Ich bin jetzt morgen! Mann, jetzt hör doch mal auf, alter! Ich bin raus! Oh, lol! Ich hab's nicht gesehen! Ich dachte, ich komm da einfach mal vorbei! Was ist er denn für eine Missgeburt?! Ach, der ist das! Der ist total easy! Soll ich den ganzen einfach stehen bleiben! Wo ist denn? Ach, der wirkte nur noch eine Zeit! Wieso gibt's solche Waffen überhaupt? Mann, du kannst nur eine werfen! Oh, oh! Guck mal, gibt's neue Waffen! Oh! Das! Ach, nee! Okay, was hab ich denn immer für ein Pech? Lauf die Fledermaus, die Fledermaus! Was soll ich denn nur?! Ich will nicht mehr! Hehehehe! Ähm, ja! Ich hab' nicht gesehen! Jawel! Und jetzt lauf' nicht nach links! Hä? Jaaaaaaaaaaaaaaaaaaah! Sieeeeee! War jetzt eigentlich gar nicht so schnell! War's für einfach, oder? Boah, ist meine geschwollzene Scheiße! Ich glaub, ich darf's schon wieder! Ach, hier, Mr. Level veriß' er sich doch! Ja, genau. Sag was? Nein! Hey, was? Oh nein! Nein, Mama! Boah! Wie witzen die jetzt? Und in meinen Tod springen? Weiß ich auch nicht! Nein, nein! Ach so, das ist schon das Ding! Ich kann ja noch! Jetzt kannst du nicht mehr, Alter! Es hätt's geschafft! Die sind so scheiße! Kackt! Warum? Letzter Laufke! Da muss ich doch aber hoch springen! Hä, was war denn das jetzt? Ey, das war jetzt aber schon ganz schön scheiße! Ey, was war denn das jetzt? Nicht außer F! Wie cool der einfach! Ja, haha, guck dir das an! Ach komm, ich bin tot! Das war das schon wieder für eine Scheiße, Alter! Ach scheiße, das hab ich vergessen, dass der auch schießt! Ach, echt? Oh Mann, du! Oh! Leute! Scheiße! Ey! Ich kann's ja nicht machen! Oh, ich hab gedrückt! Ja, scheiße nicht! Ja, warum ist er manchmal schnell da? Manchmal langsam! Mann! Ey, Mr. Leck dich doch zu Tode! Ich hab's ja nicht gemacht! 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 Oh, sie töten nicht! Oh, Alter! Ah, ne? Ich hab's ja nicht gemacht! Oh, ich hab's ja nicht gemacht! Oh, ich hab's ja nicht gemacht! Oh, ey! Oh, ey! C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C! Ua! Oh, ey, ey! Oh, ey! Ey, ey! Ich komm's natürlich nicht hin! es ist ich bin ab spiel er erhält schaffst du nicht die er Gute Flasche! Er drückt mit Wiener! wuuu! Uupsa! Wut, ist so ein Scheuer der Wichtlisch der Wirklich, der König. AAAAAAAH! Gisst du! Hahahaha! HÄÄH! Oh man! HÄÄÄH! Was ist das denn? Mann! Ich wusste es. Ja, ich wusste es nicht. Ich wusste es nicht. Was ist denn? Ja, was ist das denn? Mann, Alter! Mann! 1. W-W-W-Di, W-W-Di. Ich geh aber weiter. Was? Dann bin ich zu spät. Das wird schon manchmal spät. Das wird manchmal spät. Es wird nicht mir zu spät. Lass uns hier einfach stehen und geh einfach mal! Gut! Warum schaffst du das denn zu schießen? Jetzt geht mal so bitte mit uns retten zu uns, ne? Ich weiß echt, das gucken sich die Leute an. Ist mir ja scheißegal, wenn sich die Leute angucken! Ne, alle hier, äh... So ein Trickspiel, ich will das nicht schaffen! Ja, ist doch in Ordnung! Nein, Mann! Du bist immer anderswo, ey! Witzer! Witzer! Ey, manchmal ist er da vorne, manchmal da vorne! Das geht immer am Sack, Alter! Da soll das, wo es bauen soll! Und ich am Arsch, irgendwie immer noch was anders, ey! Da, 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 oh nein! Man! Ah! Wauwauwauwau Wieso, ich weiß nicht, warum ich es einfach brauche? Wunderbar Mann, ich bin doch nicht Okay Ach, Mann, wie geht's denn dort? Scheiße! Wieso bist du denn nicht tot? Nee, lass es doch 10.000 mal treffen Ja, schön Ja, weil Hehehe Ach, warum will ich jetzt abgestanden, Mann? Ah MISTER, fick dich doch ins Knie Ist doch unmöglich rum Was ist das denn, Alter? Aber was ist denn dieses Level? Keine Ahnung, ich hoffe, dass es jetzt auch speichern wird Das rass sich jetzt damit aus Ja, ist es! Geil Mann, komm's Mann, komm's Mann, komm's Mann, das wird jetzt nichts Manne! Ach, was mach ich denn, Alter? Manne! Ich bin dumm! Das rutscht doch aus der Tür! Das ist jetzt halt schon... Das ist doch... Mann, das gibt's nicht! Fickt euch! Fickt euch! Fickt euch! Fickt euch! Scheiß-Level! Fuck you, man! Fuck you! Take the key! Bonus 5.000! Verstehe ich nicht, warum die Endbörder leichter sind als die Stages davon? Fuck man, Alter! Leck mich jetzt! Fuck this game! Fuck this game! Fuck this game! Wir schaffen das! Wuh! Jetzt musst du wieder warten, sonst kriegst du jetzt... Ah! Adieu! Mein Freund, adieu! Wie soll ich euch hängen? Musst du was mal hängen? Muss ich, ja? Muss ich? Eigentlich... Keines Stuhl vergessen! Nein, was, hä? Was ist denn das? Außer dir! Oh, ich muss eine Axt auf die Uhr! Oh! Hä? Die hätte über mich geschossen! Ey, das kommt eine Ruhe, gell! Ach, das ist so... Weck! Ein totaler Abfahr! Das ist halt mal kranker direkt ab! Ja! Scheiße! Ey, was soll ich machen? Der steht da hinten, dieses fette Stück Schwabbeln! Was? Nein, nein, nein! Ohoho! Da kommt er von oben was! Da fällt ein Bruder! Der fängt nicht! Wie ist das denn? Hahahaha! Was soll das jetzt noch denn jetzt? So! Weck mich halt! Da sterb ich lieber! Du darfst nicht so! Ja! Du darfst nicht so! Du darfst nicht so! Gut! Durchfall läuft doch mal! Wir sind nur jetzt zur Wetterphase, Mann! Wie ist das denn da vorn? Krackenfehl ist doch kommt der bei mir hier vorgelaufen! Weil die sind da weg! Ich schwarz bin! Hey, was ist das denn jetzt, Mann? Hahahaha! Genau durch, geh! Ach, das ist doch schon wieder am Anfang! Penis, Mann, Alter! Adios, Amigos! Hahahaha! Ich bin so schwul! Ich kann fliegen! Hab'n ge-Eier! Oh nein! Oh nein! Jetzt hab' ich nicht gesteuert, Mann! Hahahaha! Ich dachte, jetzt ist's finish, also ok! Oh! Es ist mein' alles egal! Ich bin hier! Bitte, bitte, bitte! Jawoll! Oh! Nein! Tausend! Freund! Danke! Hier war schon lange nicht Was? Geht jetzt an Na freilich und Es ist nicht so schnell wie er geht das Spiel gar nicht in der Hockenammel Das ist nicht so schnell Ok, dann muss ich noch Stopp Uah! Nein, du hast da oben, Alter! Ohoho, du hast es geschafft! Achso, ich dachte, er macht ja, ich dachte, es liegt neu Das ist ja Quatsch Oh, ich hab hier aufgepasst! Fuck! 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 Siehste? Oh, sie muss sie töten, sonst ist er am Arsch Ach, was mach ich denn, Alter! Guck nochmal Jetzt ist doch schon unter einer, Fuck Ich mein, sie geht noch nicht so weit Ich hab nicht Bock mehr, ich springe mal in die scheiß Bett, Mann Deswegen lass ich mich einfach mal kühlen Das ist kein Ding für mich So fliegen die jetzt ein bisschen hinter dem Rappenschwanzgesicht besser Jawoll! Jawoll! Und der kleine, geile Digger Was ist geiler? Die sind einfach scheiße, Mann Man braucht eine goldenen Rüstung Alter, eigentlich abschmerzen Alter, das sieht gut aus, das sah schon mal richtig gut aus hier Nein! Du Rattenschädel! Wann des Todes! Aus meiner Fresse! Jetzt hab ich auf jeden Fall den Dreh raus für diesen Guck Jetzt geht's wieder los, suchen wir den Bogen Nein! Ach, Mann, da Oh, spring ich an! Mann, da Ist halt noch genau über mir immer die ganze Zeit Ja, ich weiß Was ist das? Ach, mach doch noch mal so gut Ha, 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 ha! Voll simpel, oder? Was ist das Problem, Alter? Wo ist das Problem, Alter? Voll simpel, Alter Ey, was war so schwer? Es war so einfach das Spiel Oh, 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 oh! Pass auf, pass auf, pass auf Nein! Oh mein Gott, nein! Ach, na, oah! Handel würde ich wegakiabieren Oh, dacke! Ich höch'sط nett rein Ich will mit Rüstung ja hochkommen Schaufen schon Weil ich Machs drei Oh, eins aber! Sag', du wärst! Da kämpfst du dich5taus, stunden nach oben ist eine super Angriffs Waffe Totaler Rotten Ach, was ist das denn jetzt? Ach komm, da kann ich direkt sterben gehen, Alter, was? Wie dumm, Mann! Hey, Mann, ey, wie war denn, ey? Fick dich doch mal, ja, fick deine Mutter, Alter! So, jetzt hast du doch die Sensor aufgehoben, was ist denn das mit dir? Hier, der hat Sterbelein, Alter. Ich denke mal, jetzt gibt er noch die Sensor. Jetzt muss das passen. So, Darido, was soll ich mit der Scheißwaffe machen? Ja, besser als nix. Ja, ist doch kein Wunder, Alter! Ich hab mich unter 10.000 Schuhe. Guck mal, ging meine Mord? Warum die Sensor? Ach komm, hier, fick dich doch mal hin! Oh mein Gott! Das meine ich, die Feilen gehen dann, oh mein Gott, nein! Töne, Alter, töne! Da, blablablabla! Das könnte dann nichts, da kommt er von unten. Wirklich, Meise, Mann, ey, wir waren schon am Ende, gleich am Anfang, oh Alter! Guck mal, nee, das geht auf dem Sack. Es geht auf den Sack, die hässlichen Tricks-Hunden-Gobold-Matten. Du willst es mir sehen, Potter? Arriba, riva, mein Schenkewer! Ich bin jemand alles mit mir. Hey, was ich jetzt wirklich hier wollte. Verpasst euch. Jaaaa, das ist der Astro-Arschloch hier und da 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 da, was schicken wir. Mein Gott. Mann, was ist es denn, Alter? Bei dir machen die das nicht und bei mir schießen beide schon wieder. Ey, vor allem, wie viel Final-Age ist denn der, Mann? Das ist doch so bescheuert, Alter. Was? Nein! Ja, feil ich, feil doch rein! Und da geht doch Spaß, oder? Ey, du behindertes Drecksmiss! Das ist doch ein Hundesohren, Alter! Ohne Witzmann! Kann man nur so hässlich sein! Ey, das ist so dumm, Mann, Alter! Mann, Alter, lenke mich am Arsch! Ist das ein Scheiß? Wie aus dem Nichts immer geflogen kommt, Alter! Das geht mir umsack! Geh nicht mal gemacht! Was? Nein! Was? Ey, in 8 Sekunden, oder was? Ist ja ein Sturm, oder? Nein, ich bin hier einfach pek! Fick dich, du! Das ist so ein Drecksverficktes... Keine Ahnung! Denk mich am Arsch! Komm, die Stage ist ja nicht schwer genug! Mach mal am besten nur 4 Minuten, was der Spieler hat der Zeit! Wieso denn da seid ihr denn, Leute? Ehrlich, warum seid ihr denn? Boah, könnt nicht katzen, ey! Oh, das nächste Mal macht er bitte nur 30 Sekunden! Das wäre viel cooler! Ich weiß immer noch nicht, Scheiße! Boah, ich hab selber keinen Bock mehr auf das Scheiß-Game, Alter! Macht das behindert! Kann doch nicht die Wahrheit sein! Das ist ein bisschen schwer! Boah, Genital! Was? Ich versteh das nicht! Ich hab's... Machen! Oh, ich bin nur bei mir! Ich muss pingeln... Hey, warum bist du jetzt? Ich hab jetzt keinen Bock mehr, ich bin ja mit dir Margitiert. Okay, wenn ich jetzt die Richtung verliere? Mensch! Ey, das ist doch so ein hässliches Kind, ey! Don't make a good game Mann, ey! Das ist zu weg Komm, greif an du Mist! Die- Pisser Bleibs Spiel kurz stehen drauf Was könnte man noch machen? Was das Spiel noch ein bisschen beschwert? Ach ja, wir könnten ihn noch einbauen, dass er schon überlangsamer wird, damit er über sich die Züge drauf einschneidert hat. Ich hab's schon verkackt, Alter. Dann will ich jetzt ein Dolch haben. Muss erst um Finden, Alter. Ach, Fick, ey. Ach, Fick. Immer ich, Alter. Immer passiert mir die Scheiße. Was soll das? Was soll ich hier los ist, Alter? Was soll ich hier los ist, Alter? Nein! Ach, das ist schon so. Oh mein Gott. Was? Nein! Nein! Ey! Ey, komm. Ich hab mehr Platz zum Schädeln, gell? Ja, auch. Oh, was denkst du, was ich auf Kopfschmerzen habe? Ich dachte, das wäre... Ich dachte, die Flammen, die treffen mich nicht. Ey, das kann doch nicht wahr sein. Das hätt jetzt vorbei sein können, gell? Das hätt jetzt einfach vorbei sein können. Ah, ich... Mein Gott, Alter. Ach, jetzt sind wir... Tricks. Hässliches... Die hässliche Kackfresse von den Typen. Ich bin auch richtig auf den Sack. Oh, komm mal, ob der nicht drin kann. Wie so ein Gorilla. Ah, wie so ein Gorilla. Bester aus, ey. Wo können die Flammen mich nicht gleich töten? Ja, noch nicht. Mann, jetzt kommst du doch noch runter. Ich kann noch was vor. Ja, und jetzt mit einmal... Das ist alles für den Arsch. Und ein Bisse aus meinem Gesicht. Als wäre es echt mit Absicht jetzt gewesen, ey. Ja, wirklich, oder? Der wird's ja nie verkackt. Und boing. Und Axt. Gattel. Kennst du mich eigentlich? Ja, nee, nee. Danke. Boing, 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 boing. Noch ein Sch. Mooooooon! Okay, jetzt mit einmal bist du so schnell, du Rappengeburt. Rappen, was ist denn, ey? Und jetzt mit dem Pissar kommen, fängt mich. Dann weiß ich nicht, dann schlafen. Und die Rappen, ähnliches, ist nicht viel. Ja. Ich habe jetzt meine Wettbewerb. Ich verfolge, bis an der Lebensende. Und wenn das viel tanzt, dann schreibe ich überwöchend. Ey, es hat getanzt. Ich weiß nicht. Bitte! Versucht nochmal, nein, tausend. Ich glaube, doch, Alter. Ich habe jetzt die Fubel ausreisen. Ich habe das Gerät, aber halt. Hier ist die Sinne. Hier ist die Sense. Siehst du, genau. Das kannst du, machst du von der anderen Seite. Da ist das endlich. Oder machst du... Nein, nein, das gibt es doch gar nicht. Der Laser ist ein Sch. Greife ich doch mal an, jetzt. Geil! Nein, gib mir doch Angst, weil es so geil ist! Was ist das denn? Was ist das denn? Echt? Ich glaube, das haben sie früher plötzlich so leuchtet vor. Die haben gesagt, du kommst hier aus dem Raum nicht raus, bis du das Spiel durchgespielt hast. Auf der schwierigsten Schule, wo du bekommst. Komm hier. Bis zum nächsten Mal, noch mal, noch mal. Untertitelung des ZDF, 2020 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 ohne die Hilfe von Gott oder was ähnliches. Keine Ahnung. Scheiße. Übersetzt euch das selber. Irgend so ein Talisman wahrscheinlich, das Barklet. Sie hat es wohl mal besessen. Und deswegen wurde sie von den Dämonen entführt, wenn ich das nicht richtig verstanden habe. Sie hat es verstecken lassen oder hat es versteckt auf dem Weg hierher? Willst du mich jetzt rollen? Willst du mich jetzt eigentlich komplett verarschen? Da hat sie das einfach irgendwo versteckt oder fallen lassen und ich soll es jetzt finden oder was? Fange ich jetzt wieder von vorne an. Ich dachte, da kommt jetzt hier noch so ein Gegner. Oh, na geil! Na, wenn es weiter nichts ist, spiele ich das Spiel einfach nochmal. Ja, ne, in meinen Augen habe ich es geschafft. Leckt mich. Ich hörte, da war ein secret Chord. Wenn es weiter geht, wenn es weiter geht. Ich erzähle mich, wenn es weiter geht. Du bist, wenn es weiter geht. Wenn es weiter geht. Singen, Composing Hallelujah Halleluja, 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 Halleluja. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Halleluja, 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 Halleluja. Halleluja, 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 Halleluja. It's not a cry that you hear at night It's not somebody who's seen the line It's a cold and it's a broken hallelujah 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 Halleluja Halleluja Wahnsinn! Du hast dir das Video bis zum Ende angeguckt und mir ist gerade der Text eingefallen und du wirst Zeuge dieses legendären Outros. Wenn dir das Video gefallen hat, lass doch einfach ein Feedback da oder abonnier uns sogar, wenn wir dir gefallen haben und schau dir einfach mal die nächsten Videos an. Oh, ein dicker Versprecher, aber das macht nix, ich mach einfach weiter. Ist mir ja scheißegal. Und hier! Aha, genau, die fetten Playlists, Junge! Guck dir die Playlists an, schau einfach mal durch, was dir gefällt. Wie gesagt, abonnier uns, falls wir dir gefallen haben. Du kannst uns auch gerne deine Kommentare sagen, ob wir gut waren, was wir verbessern müssen. Und ja, das war's dann. Subscriben kann er auch noch. Siehst du den Button nicht? Nein. Für was bezahl ich dich eigentlich, Aura? Alles ganz vergessen. Raste mal nicht aus, gell. Auf jeden Fall, bis zum nächsten Mal. Ciao! In der nächsten Folge auf BTV! Jetzt! K roads,지